Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin ein Prinz jetzt. Okay, wir bringen dich jetzt zum Schloss. Komm bitte. Ein bisschen geradeaus mehr. Da ist das Schloss. Ja, hier ist das Schloss. So, fertig. Das Schloss ist hier. Hier, okay. Okay, Applaus. Das ist doch nur mein Schatten. Okay, dann geh jetzt mal kurz mal rummachen. Erzähl mal. Was ist leicht, was ist schwer? Das Chameleon ist zu schwer. Aha. Mhm. Und für dich? Für mich war das Chameleon aber nicht so schwer. Und was war schwer für dich? Ähm, überhaupt nichts. Super. Na, wer will was sagen? Bei mir war das lustig, wo Christian so gemacht hat. Mhm. Hey. Und der Chameleon war noch zu schwer für mich. Und das Chameleon, den Chameleon zu sprechen war für mich, war für mich dann nicht so einfach. Und wenn ich, war das Chameleon so schwer. Doch. Soll er hängen wahrscheinlich da? Ja? Ja. Wahrscheinlich hängen wir ihm auf einer Leine und dann muss man ihn nicht tragen, kann man ihn besser bewegen. Aber er ist jetzt gerade neu ins Theater gekommen und das war alles die Probe heute, was kann man mit diesem Chameleon malen. Und wie habt euch diese Schatten gefallen von Chameleon? Gut. Ja, gut. Ist sehr kompliziert, ne? Und sehr groß. Und groß, ne? Ja. Okay. Und wie man es so halb, war auch schwer. Aha. Du hast auch uns gezeigt, wie man es halten muss. Okay. Es war schwer. Aber habt ihr Lust mit dieser Puppe spielen? Ja. Ist schön, ne? Ja. Okay, das machen wir auch. Ach nein. Du bist schön. Ja, du bist schön. Das ist ein Chameleon. Ich habe hier gelegt. Hör auf. Das ist ein Chameleon. Was hier ist, ist ein Chameleon. Ja. Ist mein Chameleon. Ist mein Chameleon. Das sieht aber schön aus. Schön weich. Ich spiele mit dem Chameleon. Was? Ich spiele mit dem Chameleon. Ja. Ich auch. Ist das der Schatten vom Chameleon? Ja, das ist der Schatten vom Chameleon. Und wie sollen wir zu euch kommen? Ihr müsst einfach nur hinter den Vorhanden. Wo gibt es hier? Wir werden anfangen. Bestimmt hier hin. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja. Ja. Hallo, Lübby. Oh. Hallöchen. Hallöchen. Schnell. Schnell. Schnell nach Hause. Ah. Ah. Amerika, was ist das? Ausgehe. Ausgehe. Ach. Wer hat sie mir gewagt? Sitz, sitz, sitz. Ich habe da einen schönen Traum gekauft. Sitz. Okay, okay, ist gut schon. Meine Freunde. Oh, er ist ja schwarz und groß. Er ist ja viel größer. Nein, 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 nein. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Ich bin ein Freund. Okay, nicht angreifen. Ich weiß, dass ich an die kleinen Haare habe. Hast du ein Lachstabessen? Ja, ich habe großen Hunger. Ja. Aber was esse ich? Fleisch? Nein. Frösche. Frösche! Fliegen! Fliegen! Ja, Fliegen! Wo sind meine Fliegen? Ihr seid die Fliegen! Spiele mit mir ein bisschen. Ich bin nicht alleine. Eigentlich musst du schlafen. Eigentlich musst du schlafen. Ja, ich bin ganz müde. Okay, ich mache ein kleines Hügelchen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Vater hüllt die Schafe. Die Mutter schüttelt von allein. Da fällt er auf ein Träume rein. Schlaf, Kindchen, schlaf. Wo ist er? Er schläft. Und wo? Na, hier. Oh. Ein Kameleon! Nein, nein, jetzt, jetzt machen wir. Wir machen wach. Beren wir. Ich mache. Blöe! 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 Es ist mein Freund. Aber warum haben wir dir wach gemacht? Ja, das sind böse Kinder. Kannst du mit mir ein bisschen tanzen? Okay, dann nehmen wir auch. Und. Hey! Na komm, komm. Kack mir nicht den Pullen an. Hütz halt, hütz halt. Ja, ich bin wahrscheinlich zu schwer. Okay, jetzt drühe, drühe. Lala. 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 Lala.